Hast du dir einen Schlachtplan vorher gemacht? Hast du gesagt, den und den kick ich jetzt raus oder war das so sehr random? Ne, das machen glaube ich die Erfahrungen, die vielleicht schon zwei, dreimal dabei waren, vielleicht, das habe ich nicht gehabt. Aber ich wusste einmal, mein Endgegner ist Otto Walkes, das wird bestimmt so sein, das war auch so. Und das zweite, was ich dachte, irgendwie musst du nicht vorbereiten, wenn du schon nicht lachend unterdrücken. Ich habe vom Spiegel geübt, ab wann man sieht, dass ich lache. Ja, also es ist ja was anderes, was man sieht und was man fühlt. Und deswegen habe ich das abgeglichen und habe gemerkt, ah, bis dahin denkst du, dass es lustig ist, aber es sieht man noch nicht. Aber es hat mir geholfen.